Moin, Willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Recknum. Ja, ich bin hier immer noch im Scan. Ich mache einen Folgepart. Äh, ich muss nicht hier. Nein. Äh, da. Pfff, wieso ist das eigentlich hier? Das ist falsch. Eisenhaut, komm schon, Eisenhaut. Du bist wieder Stumpf gegen Stumpf Schaden. Ist das wichtig? Ich mache hier Südkreuz. Und lädt ich das hier. Der Beweglichkeit wäre nicht schlecht zum Abbau. Krach. Für Wüsten. Ich nehme für Wüsten, für A-Ringskillung. So. Ich nehme hier. Ähm. Ja, ich muss hier mehr nehmen. Ich kann das Scan, ja. Ich will nicht so viel. Ich will eher ein bisschen defensives Scan, deshalb. Da muss ich hier. Da muss ich hier Scan. Schlachtruf. Behutsamkeit. Treten. Hm. Ja, dann kann ich das nicht Scan, aber... Da muss ich nämlich nicht Scan. Ach, hier geht's nicht. Ja toll weisst du. Ich habe zu wenig. So an der Erde ist doch wichtig. Ja, also dann muss ich die hier runter. So. Sprint. Top-Suche wäre da auch nicht schlecht. Hey, ist das nicht normal, ey. Ja. Kriegerische Defensive. So. Was haben wir da noch? Ah, Besserger brauchen wir noch. Hm. Etwas rausnehmen. Sofort ist schon gut. So ein Scheiss, ey. So. 50%. Ich muss irgendwas rausnehmen. Ach komm. Das brauche ich sowieso nicht. Ja, da bräuchte ich noch Skills. Das ist das Blöte. Oh je. So, noch eins weg. Irgendwas muss noch weg. Athletik. Ja. So. Jetzt haben wir halt mehr, weniger Damage, aber... Jetzt haben wir halt mehr, weniger Damage, aber... Sollte eigentlich gut sein, aber... weiter. So. Wir haben... Berserker. Top-Sucht. Das hier. Hier. So. Ö. Ö. Verwüsten. Südkreuz. Präzise Schwung. Ja. Tegen. Auch noch. Behut zum König. Blutdurst. Berserker haben wir schon. Top-Sucht haben wir schon. Sprint haben wir schon. Okay, dann sollte das gut sein. Ich habe jetzt nicht so viel Defensive genommen. Ich hätte mehr Defensive genommen sollen. Noch den zweiten Buff, der mit... physischem Schutz. Oh, jetzt haben wir sogar noch einen Sechster. Sechziger. Eieiei. Hm. Sind die immer noch dort. Die haben doch keine Chancen gegen die Eken. Das ganze Spiel ist halt irgendwie auch ein bisschen kaputt mit diesen Stunts und allem. Ich würde das gerne schon richtig vorstellen, wie es so ist, wenn man einfach die Stunts rausnimmt. Das wäre so cool. Also vielleicht eventuell als Abhau-Verhinderer. Unter 25%. Aber sonst nicht. Es sollte sowieso so sein, dass die Gegner viel weniger HP haben. Dass sie fast nicht ausweichen können. Sollten sie nicht sterben oder... ja. Gar nicht so richtig... ähm... Reagieren können. Zum Beispiel... ... dass sie mit dem Bogen halt eventuell... ... wenige Schaden machen, weil sie vielleicht Plattenrüstung haben. Aber jetzt zum Beispiel die Bogenschützen besser, dann sind sie gegen Magier. Das wäre gut. Aber... ... nein, nicht so wie... ... in der Ekenung. Weichhauf. Oh Gott. Oh Gott. So haben ja immer alle Leute so Namen mit Bindestrichen. Haben die keine Erfindung, was sie ja denn als nächstes... ähm... ... ja, den Charakter Taufen sollen oder was? Tja. Diese armen Eken. Ah, und so viele Leute und sind unfähig dieses Wort einzunehmen. Hei... Schon ein bisschen arm, he? Tss. Ja, ja. Peinlich. Hey, ich... Hey, ich hüpfe. Nicht abhauen. Hallo. Nein, nicht... Nicht bekämpfen. Nein. Ah, ich hüpfe doch. Wie peinlich. Schon wieder einer auf meiner Liste. Also, gucken wir mal. Guardian des... ...Rü... ...Sürzis. Oh Mann, ich schreit nicht. So. Und dann noch TXT. Und Retsch. So, dann habe ich wirklich eine Mission, die mal ein bisschen tot zu kloppen. So. Es packt immer herum, wenn ich hier rauskomme. Irgendwie ist die Steuerung total kaputt im Moment. Hallo? Kann ich mal bitte geradeaus laufen? Wenn nur nicht alle grie... äh... griechisch... äh... spanisch wäre, dann könnte man wenigstens sagen, ich brauche kurz Hilfe. Wird nur noch... äh... ding gemacht. Reichsquist. Ach, das ist auch nicht. Also, ich habe... ...es einmal gemacht und mache es nie mehr. So. Ich schaffe es durch. Ach. Das wollte ich auch. Du stirbst. Es ist... Es ist ein bisschen... nervig, hey. Es ist ein bisschen... nervig, hey. Es ist ein bisschen von mir. Aber ist gut. Hm. Aber wenn sie auf dem Reiztier sind, werden sie immer abhauen können. Das ist dann auch nicht so gut. Ja, ich werde dann sowieso mit dem Kleinen immer reisen. Also, ja. Ich werde eigentlich immer mit dem Kleinen reisen, weil... Ja. Ohne hat es nicht viel Sinn, oder? Man stirbt halt einfach zu schnell. Und so weit werde ich auch nie kommen, wenn ich nicht irgendwie Unterstützung bekomme. Lol. Das sind alle Tote. Wie schnell ging denn das? Ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich werde jetzt mal kurz hier unten leben. Ich glaube, die Gegner sind hier in diesem Level. Hier noch nicht. Nicht? Wieso sind die so spät jetzt? Naja, ich bekomme halt wenig mit, wenn ich Let's playe. Ohne Aufnahme, ohne irgendwas zu erzählen und... mich zu konzentrieren halt. Habe ich da ein bisschen weniger Probleme mit der Konzentration. Ja, es geht ja bis ich es gewöhnt bin. Also, mir ging es eigentlich immer wieder nach längerer Zeit. Let's playen wieder besser mit der Konzentration. Jetzt bin ich ja erst zwei Monate wieder am Let's playen. Ja, geht noch ein bisschen. Wegen der Konzentration ist ja jetzt momentan schlimmer als vor einem Jahr oder so. Haben die das wirklich richtig schnell verloren? wieder meiner Zeit. Wo ist der Ding? Ah, den habe ich ja im Lager, stimmt. Oder habe ich den auch? Nein, doch, den habe ich im Lager. Oder wo ist der? Beim Schützen? Hm, ich habe ja einen guten Ding, der besser ist, als der zweihändige Wächterachse. Oder die zweihändige Wächterachse. Aber wo sind denn die Gegner für mich hier, Nignis? Ei, ei, ei. Oh, ein Schatz. Mal schauen, wann wieder einer kommt und mich töte. Ach, ich freute mich immer noch, dass so ein kleiner Hexer mich töten musste. Ich konnte nicht mal herumhüpfen. Schau mal, der Manilek. Die Manilek ist das sogar. Eine Sie. Okay. Heftigst. Die ist AFK. Ich könnte sie töten. Ich mache es aber nicht. Ich bin ja nicht böse. Hm. Was haben wir sonst noch hier? Ich würde, das würde wahrscheinlich noch beliebt werden, wenn ich hier die ganze Zeit irgendwas mache. Die Schlangen könnte ich besiegen, aber die sind so schwach. Ah, das ist ja das Skelett vom Drachen, den ich besiegt habe. Stimmt, ja. Also Drachen, wie es eine Rechnung gibt, würde ich schon gerne töten können. Es gibt ja Drachen, die man töten kann, aber dazu habe ich noch nie das die Freude gehabt. Außer einer hat mich mal angegriffen, das war im letzten Let's Play der Alla... Nein, wie heißt der? Wie heißt der im... ähm... im Portal drin? Den kann man ja vorausfordern oder konnte man früher ausfordern? Ich glaube, das haben sie auch wieder geändert. Auf jeden Fall... War das recht lustig. Oh nein, das war... Hä? Doch, der griff doch mal an, oder habe ich... Und da war das auch eine Instanz. Was ist jetzt auch nicht... Aber der Ding ist ja golden und der Grüne hat nicht angegriffen. Ich glaube, der Grüne hat mich angegriffen. Auf jeden Fall konnte ich in Mainz einen Enten am Schwanz kloppen und die anderen haben vorne auf den Schwanz kloppt. Also beide vorne und dann andere noch vor vorne, also dritter. Ja. Müsste ich mal schauen beim Let's Play. So, die Ausbeute früher. Blästern. Mächte-Schild. Ah ja, das ist eins. Schade, das hier keine Sinn. Ich hätte hier gerne ein bisschen gelevelt. Bisschen abweselt. Hm. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Gegner mehr. Hm. Wo seid ihr dann? Ja, toll. Weißt du? Ich muss mich umbringen. Schade, dass im Bind auch keine Gegner sind. Ja. Ja, dann ist es leider vorüber mit der Reichsschlochte. Wir müssen noch ein bisschen leveln. Ich werde ein Booster jetzt schon bald benutzen. Ich weiss nicht wann. Ab der Booster vom MF, also der Gegenstandsbooster, der hat vier Stunden gedauert. Ich habe ja Pause gemacht von anderthalb Stunden. Wieso die Länge gehen? Der andere ist ja ein Tag gegangen, aber ich habe da auch weniger gespielt. Ich denke, es ist einfach eine Zahl der Kills oder so, nicht der Stundenanzeige oder so. Ich denke, ja. Keine Ahnung. Aber ich weiß nicht, haben die einen Bug installiert? Beziehungsweise wollten die das so, dass sie Bugs haben? Ich denke schon. So viele Bugs im Spiel und sie wollen es nicht nerven. Ich glaube, die wollen alle Bugs haben. Naja. Ist mir egal, aber... Zeig dich mal. Das sind alles so Suchtis. Absolute Suchtis. Alle die level 60 sind, sind Suchtis. Ich werde aber auch bald level 60 sein. Dann bin ich auch ein Suchtis. Manche sind richtig AFK die ganze Zeit. Ich wollte schon sagen, ähm, fleissig. Aber ich habe dann auch noch lieber AFK gesehen. Ist richtig. Schwarz. Ich werde hier mit dieser Axt schön gut leben können. Nein, die sind schon weiß. Die sind blau. Ja, nicht mal töten kannst du, äh. Blöde Axt. Siehst du sie wieder blöd, die Axt. Ach, freuere ich mich. Jetzt mal wieder wenige Unfair ist. In der RFR. Ich kann es noch ansetzen. Hey, das ist das Böse. Dass man sich nicht anziehen kann, wenn man ihn verschiebt. Komm, weiter noch. Das ist das Böse. So ist es richtig. So ist es richtig. So ist es richtig. Er regt sich auf. Ich hab zu, äh, diesen, äh, Blästern gesagt, übrigens. Ach, kann ich gut leben, so. Der ist superschnell nackst. Ja, nicht ganz superschnell, ist ja langsam, aber, dank den Ringen. Ich mache schon viel Damage, hä? Die Achse ist irgendwie doppelt so schnell und ich mache mehr Damage als mit der Keule. Macht einen grossen Unterschied. Ich habe zwar viel Damage verloren durch die Ringe, aber dadurch Schnelligkeit erlangt. Das ist doch schön. Geht's schon wieder? Ah, da ist sie. Mann, ich verliere immer wieder die Schickröte. Ich will sie einfach mal einsetzen, zum Probieren, was ich so, also wie es aussieht vom, ah, das ist der, ja, den sieht man jetzt ständig. Also haben die Barbaren scheinbar die ganze Zeit Angst vor mir, dass ich das ständig sehe mit dem Schützen. Krass, ey. Da freut man sich, dass man so richtig Angst machen kann, dem Barbaren. Okay, schade. Ich habe zu wenig Harpe. 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 Ja, nehmt. Jetzt bin ich mal ein bisschen geizig. Oh, ich hab das Els verloren. Gut, dann ist der Part leider auch schon wieder zu Ende, schade, aber war lustig und ja, ich werde morgen dann nochmals ein Part aufnehmen und den Booster benutzen. Ich fühle mich auf jeden Fall auf morgen. Tja, HS, Handschuhe. Das muss ich eigentlich wissen. Verzogen? Wow, hast du aber dick verzogen. Also ja, das ist's. So, oh, ich hätte die bessere. Nein, ich hab nicht bessere gehabt, oder? Ah, das sind Schultern. Nein, das ist sowieso hier und da. Naja. Gut. Dankeschön fürs Schauen. Ja, hat Freude gemacht. Danke und Tschüss. Danke fürs. Tschüss! Tschüss. 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 Tschüss.